Willkommen zu den Kobi-News auf dem Steine-Kanal. Wir nähern uns mit großen Schritten dem ersten neuen Katalog für das Jahr 2024. Fast täglich werden neue Sets angekündigt, die bisher bekannten haben wir für euch zusammengefasst. Außerdem können wir euch für den Großteil der Sets bereits den geplanten Veröffentlichungstermin sowie die offizielle UVP nennen. Doch zunächst kurz News. Bei dem neuen Kobi-Set Sonderkauf Z184 mit der Set Nr. 2583 scheint es ein Qualitätsproblem mit den Ketten zu geben. So berichteten einige der Käufer über ein leichtes Abfallen der Kettenglieder bei Bewegungen. Kobi sucht nach der Ursache und wird diese gegebenenfalls beheben. Unser Review vom Ferdinand seht ihr demnächst hier auf dem Steine-Kanal. Die Erweiterung der Kobi-Fabrikhallen im polnischen Mirnitz schreitet voran. Hier seht ihr einige Bilder dazu. Und jetzt zu den neuen Sets. Neue Lizenz. Kobi hat eine neue Lizenz erworben und veröffentlicht im Februar die ersten drei Cessna-Modelle. Es handelt sich hierbei um die Variante 172 mit dem Spitznamen Skyhawk, die in drei Versionen erscheint. Alle Sets werden im Maßstab 1 zu 48 gebaut. Kobi gibt eine UVP von 19,99 Euro an. Alle drei Modelle sollen am 27. Februar 2024 erscheinen. Mit den Cessna-Modellen beginnt Kobi gleichzeitig eine neue Reihe, die sich Civil Aircraft oder zu deutsch Zivile Luftfahrt nennt. Unter den Z-Nummern 26620, 26621 und 26622 erscheinen die drei Modelle, die aus jeweils 160 bis 162 Teilen bestehen und eine Flügelspannweite von 23 cm aufweisen. Sie unterscheiden sich in ihrer Farbgebung und gegebenenfalls Print. Die Cessna Skyhawk ist das beliebteste einmotorige Flugzeug, das jemals gebaut wurde und hat sich den Ruf erworben, das ultimative Trainingsflugzeug zu sein. Die Cessna 172 verfügt über eine umfangreiche Ausrüstung, mit denen auch spätere Berufspiloten trainieren. Da sie außerdem mit Ledersitzung und Klimaanlage zum komfortablen Reiseflugzeug wird, ist das Modell heute das am meisten verkaufte Flugzeug der Welt. Nanopanzer im Maßstab 1 zu 72 Das Cobi die Nanotanks wieder aufleben lässt, hatten wir bereits berichtet. Nun können wir euch Bilder der Sets zeigen und euch weitere Details zum Veröffentlichungstermin und Preis geben. Die Panzer der Serie 1 stellen kleinere Panzer dar, sie werden mit einer Ausnahme am 9. Februar 2024 veröffentlicht. Cobi gibt eine UVP von 9,99 Euro an. Folgende Modelle erscheinen in Serie 1. Mit der Setnummer 3088 erscheint der T-34-76 mit 101 Teilen. Das Cobi-Set 3089 ist der Sherman M4A3 mit 103 Teilen. Mit der Setnummer 3090 erscheint der Panzer III Ausführung L mit 82 Teilen. Und mit der Setnummer 3091 erscheint der Cromwell MK4, dieser wird aus 110 Teilen gebaut. Unter der Setnummer 3092 erscheint der T-34-85, dieser wird ebenfalls aus 110 Teilen gebaut. So wie mit der Cobi-Nummer 3093 erscheint der Somua S-35, dieser wird aus 99 Teilen gebaut. Und schließlich mit der Nummer 3094 erscheint der Sturmpanzerwagen A7V, dieser wird aus 119 Teilen gebaut. Letztere Set erscheint bereits am 2. Februar 2024. Am 20. März 2024 folgt die zweite Serie, die größere Modelle ins Zentrum stellt. Diese haben eine UVP von 14,99 Euro. Folgende Modelle erscheinen im Rahmen der Serie 2. Mit der Cobi-Set Nr. 3095 erscheint der Tiger I 131, dieser besteht aus 141 Teilen. Mit der Nr. 3096 erscheint der ISO 152, dieser wird aus 135 Teilen gebaut. Und mit der Cobi-Nr. 3097 erscheint der Panzer IV Ausführung J mit 128 Teilen. Unter der Nr. 3098 erscheint der IS-2 aus 130 Teilen. Mit der Nr. 3099 erscheint der Panzer V Panther, dieser wird aus 126 Teilen gebaut. Sowie mit der Nr. 3104 erscheint der Patton M48, dieser wird aus 133 Teilen gebaut. Mit der 3105 erscheint der Leopard 1, dieser besteht aus 146 Teilen. Dann haben wir mit der Nr. 3106 den Abrahams M1 A2 mit 174 Teilen. Und schließlich mit der Set Nr. 3107 erscheint der K2 Black Panther, dieser wird aus 162 Steinen zusammengebaut. Die neuen Nanotanks sind laut Cobi auf Wunsch verschiedener Händler entstanden, die sich günstigere, kleinere und leicht zu bauende Modelle gewünscht hatten. Diese werden vor allem Neueinsteiger in das Cobi-Sortiment ansprechen. Erfahrene Cobi-Fans dürften die Nanopanzer wohl eher weniger interessieren. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare war verhalten, belustigt oder kritisch. Viele haben sich die Modelle in einem der etablierteren Maßstäbe gewünscht. Außerdem bemängelten einige das Fehlen von Panzerketten, die sich etwa in Form von breiten Gummibändern umsetzen ließe. D-Day Es erscheint ein Architekturset von Cobi. Viele neue Sets stehen im Zeichen des D-Day, der dieses Jahr seinen 80-jährigen Jahrestag feiert. Diese neuen Cobi-Sets werden ein besonderes Logo der Feierlichkeiten zum D-Day aufweisen, die in Frankreich stattfinden. Cobi hat hier offizielle Logogenehmigungen erhalten. Bereits bekannt war das LCVP Higgins Boat, das in der Limited Edition bereits vorbestellbar ist. Das erste neue offizielle D-Day-Set, das wir euch vorstellen, ist neben der Akagi vielleicht das erste Highlight in diesem Jahr. Die Kirche von Sainte-Merée-Eglise. Mit der Setnummer 2299. Es wird aus 2250 Teilen bestehen und vermutlich im Minifigurenmaßstab 1 zu 35 gestaltet sein. Die Uhr auf dem Turm gibt die genaue Landungszeit eines amerikanischen Fallschirmjägers an. Daneben sind Bunklasfenster nachgebildet. Cobi hat auf Wunsch der Organisatoren der Feier an der Kirche außerdem eine charakteristische Wasserpumpe neben der Kirche platziert. Die Kirche weist kein Innenleben auf. Sie soll im Mai erscheinen. Sie spielte eine wichtige Rolle am D-Day. Hier blieb der US-amerikanische Fallschirmspringer John Steele des 505. Fallschirminfenterieregiments am Turm hängen und stellte sich zwei Stunden lang tot, bis er von den Deutschen gefangen genommen wurde. Steele entkam später und schloss sich wieder seinem Regiment an. Diese Geschichte wurde auch im Film »The Longest Day« oder zu deutsch »Der längste Tag« von 1962 aufgegriffen. Heute hängt zur Erinnerung eine Figur von John Steele am Turm der Kirche. Das Cobi-Set wird die Minifigur von Steele mit einem Stoffwaldschirm beinhalten. Es ist nicht das erste Architekturset von Cobi, aber mit Sicherheit das größte. So gibt es von Cobi bereits das Brandenburger Tor im Set »The Battle of Berlin«. In den für Kinder gedachten Action-Town-Sets sind Feuerwehrwachen, Bauernhäuser oder Abbruchhäuser dargestellt. D-Day Battle Pack Ein weiteres Set, das anlässlich des D-Day erscheint, wird das Soldatenpack mit der Nummer 2054 sein. Es trägt den Namen D-Day June 6, 1944 und besteht aus drei Minifiguren sowie Zubehör. Insgesamt sind 34 Teile enthalten. Es soll im April erscheinen und wird zu einer UVP von 9,99 Euro verkauft. Gobi hat seine Jeep-Lizenz reaktiviert. Insgesamt sechs Modelle erscheinen anlässlich des D-Day. Die Markierungen an den militärischen Versionen der Autos sind identisch mit denen des Willis-Jeeps, der als Cobi-Maskottchen fungiert. Alle Modelle werden über ein Innenleben und bewegliche Räder verfügen. Der historische und renovierte Willis-Jeep, der bei zahlreichen Veranstaltungen und Events von Cobi vorgeführt wird, wurde am 1. September 1944 hergestellt und gehört nun als Maskottchen zum Inventar von Cobi. Zum einen wird es drei Sets im Maßstab 1 zu 12 geben. Als Executive Edition wird der Willis MB & Trailer veröffentlicht. Er hat die Setnummer 2804 und besteht aus 1510 Teilen. Es wird das größte der drei Sets sein und neben dem Anhänger ein Maschinengewehr, Zubehör und Typenschild beinhalten. Es handelt sich um eine Neuauflage des Sets mit der Nummer 24192. Von Cobi wird eine UVP von 139,99 Euro angegeben. Die Veröffentlichung des Modells ist für den 18. April geplant. Die Setnummer 2805 trägt das Modell Willis MB & M2 Gun. Auch dieses Set gab es bereits einige Male, etwa unter den Nummern 24113, 24112 oder 24090. Zuletzt wird es den Medical Willis MB unter der Setnummer 2806 geben. Drei weitere Modelle werden im Maßstab 1 zu 35 veröffentlicht. Dies sind die zuvor genannten Modelle in kleinerer Größe, dafür mit Minifiguren. Unter der Setnummer 2297 erscheint der Willis MB & Trailer. Er besteht aus 200 Teilen. Zwei Minifiguren sind dabei. Das Set wird zu einer UVP von 24,99 Euro verkauft. Es soll im April erscheinen. Der Willis MB & M2 Gun mit der Setnummer 2296, der am 26. April veröffentlicht werden soll, besteht aus 150 Teilen. Auch hier sind zwei Minifiguren enthalten. Kobi gibt eine UVP von 19,99 Euro an. Zuletzt wurde der Medical Willis MB mit der Nummer 2295 angekündigt. Das Set besteht aus 130 Teilen. Eine Sanitäterfigur ist mit dabei. Es kostet 17,99 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung und ist für den 26. März 2024 geplant. Der Willis MB, der offiziell Quartaton-for-Fortruck heißt, ist der Urtyp des Pkw-Geländewagens und wird von der US Army seit 1940 entwickelt und hergestellt. Das robuste Fahrzeug mit zuschaltbarem Allradantrieb ist eines der am meisten von Kobi umgesetzten Modellen. Kobi hat in den letzten Jahren bereits zahlreiche Sets von militärischen Willis MBs als auch zivilen Automodellen veröffentlicht. Wir zeigen euch hier eine kleine Auswahl. Armed Forces Insgesamt vier Sets des Northrop's F-5A Freedom Fighters sind geplant. Sie werden alle im Maßstab 1 zu 48 gebaut und weisen die offizielle Northrop Grumman oder Top Gun Lizenz auf. Alle Modelle haben eine Flügelspannweite von 19 cm und sind 29 cm lang. Sie werden zu einer UVP von 39,99 Euro verkauft. Den Anfang macht der Northrop F-5A Freedom Fighter mit der Setnummer 2425, der am 5. Februar 2024 seine Premiere feiert. Er besteht aus 352 Teilen und ist Bestandteil der Vietnam War Kollektion. Am 16. Februar 2024 wird die zweite Variante der Schweizer Air Force veröffentlicht, der Northrop F-5A Tiger II Swiss Air Force mit der Nummer 5857. Er besteht aus 351 Teilen. Am selben Tag erscheint die Version in den Farben Norwegens, der Northrop F-5A Freedom Fighter mit der Setnummer 5858. Er besteht aus 358 Teilen. Das vierte Modell, die MiG-28 mit der Setnummer 5859, ist eigentlich ein F-5E Tiger II Flugzeug, die Weiterentwicklung des Northrop F-5 Freedom Fighters. Es erscheint im Film Top Gun jedoch als fiktives sowjetisches Flugzeug MiG-28. Sie ist für den 5. Februar angekündigt. Eingetisert wurde außerdem ein Set, das den M-142 HIMARS darstellt. Das Modell wird im Maßstab 1 zu 35 gebaut. HIMARS ist die Abkürzung für High Mobility Artillery Rocket System. M-142 ist die Typenbezeichnung des US-amerikanischen Militärs für das Mehrfach-Raketenwerfer-Artilleriesystem. Boeing Im Rahmen der Boeing-Lizenz sind zwei weitere neue Modelle geplant, die beide im März erscheinen sollen. Beide werden im Maßstab 1 zu 144 gebaut. Unter der Setnummer 26609 erscheint die Boeing 747 First Flight 1969, die aus 1000 Teilen besteht. Bei dem Original handelt es sich um das Flugzeug, das am 9. Februar 1969 zu seinem Jungfernflug startete. Sie erscheint am 8. März und kostet 69,99 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung. Die zweite Maschine stellt die Boeing 747 Air Force One dar. Sie besteht aus 1050 Teilen und trägt die Setnummer 26610. Sie ist für den 25. März 2024 eingekündigt und soll eine UVP von 74,99 Euro haben. Youngtimer Auch ein weiteres Youngtimer-Modell ist uns bereits bekannt. Es handelt sich dabei um den Barkas B1000 mit der Setnummer 24600. Der besteht aus 147 Teilen und erscheint am 20. März 2024. Dieser wird eine UVP von 19,99 Euro haben. Bilder liegen uns zu diesem Modell leider noch nicht vor. Updates Von dem Flugzeugträger Akagi mit der Setnummer 4851 wurde ein erstes Produktbild gezeigt. Des Weiteren können wir euch heute die UVP mitteilen. Sie kostet 249,90 Euro. Vom 38 cm Sturmmörser Sturmtiger gibt es ebenfalls ein erstes Bild und weitere Informationen. Der Panzer mit der Setnummer 2585 besteht aus 1100 Teilen und wird im Maßstab 1 zu 28 gebaut. Eine Minifigur sowie Munition werden auch mit dabei sein. Neben einem Innenleben wird auch ein baubarer Motor enthalten sein, der entnommen werden kann. Er erscheint am 11. März 2024 und kostet 89,99 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung. Noch ein Hinweis, bei Kobi dürfen Veröffentlichungstermine nur als grobe Richtlinie eingesehen werden. So werden Neuheiten teils um mehrere Wochen verschoben. Was denkt ihr über die neuen Sets des Jahres 2024 und auf welches freut ihr euch am meisten? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und dann kommen wir noch zu zwei alten und einem neuen Gewinnspiel. Zu gewinnen gab es in unserer Kobi News Nr. 56 die 5729 Mitsubishi A6M2 Zero Zen und gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch! Dann kommen wir zu einem weiteren Gewinnspiel. In unserer Kobi News Nr. 57 gab es insgesamt für drei Gewinner jeweils einen Tischkalender zu gewinnen und gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner! Bitte schreibt mir noch eine E-Mail an info-at-steine-kanal.de, damit ich weiß, wohin ich den Gewinn senden soll. Und auch in dieser News haben wir wieder ein Giveaway für euch. Zu gewinnen gibt es die Messerschmitt ME262 mit der Set Nr. 5881. Dies ist ein Dankeschön für alle Abonnenten des Steine-Kanals hier auf YouTube. Um teilzunehmen, gebt diesem Video einen Daumen hoch. Seid natürlich Abonnent des Steine-Kanals hier, denkt auch daran, die Glocke zu aktivieren, falls noch nicht geschehen, und hinterlasst einen Kommentar mit dem Stichwort Katalog. Teilnahmeschluss ist der 5. Februar 2024. Der Gewinner wird dann aus allen veröffentlichten Kommentaren mit dem Stichwort Katalog gezogen. Und wenn ihr euch für die Neuerscheinungen interessiert, die jetzt demnächst kommen und in diesem Video erwähnt wurden, schaut doch gerne mal in unserem Onlineshop auf trendgames.de. Dort könnt ihr die meisten der hier erwähnten Sets bereits vorbestellen. In den nächsten Tagen kommen sicherlich noch weitere Sets hinzu. Also schaut gerne mal rein auf trendgames.de, wir freuen uns auf euch. So und an dieser Stelle habe ich hier links und rechts noch eine Videoempfehlung für euch. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen, bis zum nächsten Video, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video, auf Wiedersehen.